hallo leute und willkommen zurück zu einer neuen folge von goldfield genau hatten ja eine lange pause gehabt aber das war halt nicht corona bedingt ja das war nicht corona bedingt genau ja und jetzt machen wir weiter ich habe direkt mal das match bei vorwärts lang quatschen ja ich bin schlecht gewonnen im spiel nicht lang quatschen kopf und das war falsch ich muss fliegen fliegen okay ich habe irgendwie vermutung dass ich zu weit schlagen werde danke baum meiner ganz ein bisschen mein der baum hat mich gerettet dann kippen müssen beste freunde in der ersten mehr wahnsinn wie oft bringen wir denn dieses let's play hier geplant ist glaube ich zweimal die woche und wie lange geht es in der feige 20 bis 30 minuten wie ihr wahrscheinlich sehen werdet aber ich wollte es mal gesagt haben ja es sind ja noch andere projekte geplant oder ja das ist richtig nein nicht da rein aber hey das ist das zweite loch brauchen wir das wäre am besten ja dann landet man das ist ich glaube das gleiche loch warst du wie das das beschissenste loch ja es war eigentlich nicht geplant kommt schon kommt schon kommt schon oh gott sei dank reich drei strockes drei strockes da gibt es eine abkürzung aber ich gucke ich gucke mir jetzt die map an das sollte ja nein ich komme stehen warum bleibst du denn nicht stehen nein bleibst du denn auch nicht stehen hat mir sehr viel gebracht die abkürzung ja ja darüber nein nicht zurück machen wir jetzt den gleichstand ja ich bin mir nicht ganz sicher ja doch gestern haben wir mal ein bisschen geprobt sagen wir mal so ja war eine probeaufnahme da ging das gar nicht bei mir muss man auch wieder reinkommen weil man lange nicht gespielt hat ja der hat ewigkeiten gedauert komm schon komm schon nein da geht es ja noch bergauf ja sorry ich wollte dir helfen ah ja danke sehr boah nein ja ja das sind diese Laufdinger guck mal meine score an 3333 hä wie geht die map jetzt nein wie geht die map jetzt genau ey nicht zurücksetzen so schnell warum muss der aber wie geht die jetzt genau einfach nur schlagen einfach nur schlagen das ist nur eine rampe achso na wenn du F drückst dann bist du schneller wieder halt direkt am Start anstatt jetzt so zu warten ja aber und und das war so easy sieht einfach aus ich hab irgendwie Vermutung da ist ein Hobel ich seh den Hobel doch schon das ist richtig oh hab ich die voll gespampt ey ich gespampt ja man schreibt mich ja dauerhaft an lass das Leute ich nehm auf ha wieder drin das wärs ne gestern bei der Testaufnahme so gesehen hast du eiskalt gewonnen und jetzt bin ich schon mal wieder da hm ja und ich hatte gestern sogar noch einen Nachteil weil ich zwei Runden afk war ja ja aber da hab ich ja größtenteils eigentlich die Einstellungen gemacht ok ok na komm ach komm ey ja komm komm doch her easy hole in one man ja ja komm ich bin der hole in one man der hole in one man das heißt der Durchfall man und jetzt sieht eigentlich mega einfach aus oh oh ja komm ey ich bleib mal stehen vielleicht na ok das klappt wird nicht klappt oh das war jetzt knapp ey das wollte ich dann ein bisschen wegstoßen aber nicht das war wirklich gleichzeitig dann schlagen das war ja wer Zufall alter Wahnsinn ja wer oh nein komm ey oh nicht die Map zeigen ah das war so gut aber dann doch mega knapp warum hast du denn zurückgesetzt weil ich aus der Map war ach so nein ich lieg daneben komm ach komm ich muss dich nur noch aufholen man nach aufholen man ich muss dich auch nach aufholen man ich glaub danach machen wir gleich noch die zweite dazu ne ja kommt an wie schnell wir durchkommen halt ne ja da gibts ne Abkürzung alter wie sollst du die Abkürzung du musst genau dazwischen treffen ja da easy peasy halt ne ist das noch locker man ja easy peasy der locker man ach man ich will die Abkürzung haben jetzt du meinst nein das ist viel zu hoch na gut dann nicht ui ich muss sagen die Test Phase die wir gestern hatten da war die nicht so gut die also zum aufnehmen die oh das war knapp die Map weil ich immer halt relativ stark außerhalb der Map war mit Bildern ja die wird hier noch verrückter mit den steigenden das ist nämlich Fantastic 1 dann kommt Fantastic 2 das gibt es auch noch in Fantastic 3 gibt es mittlerweile auch oh wow ja und jeder davon wird immer aufhörer oder verrückter von dem Design glaub ich ich war schlagen das ist ein krummer P ein krummer P ein krummer P das war zu schwach aber das könnte nicht schlecht sein ja super treu mich noch wer sich freut Leute ja ich kann jetzt so gesehen einfach nur gerade schlagen ich muss genau da durch das war zu stark wow bleib stehen ich bin doch manchmal Profi ey da hatte ich die Chance gleich zu ziehen und dann schlag ich auf was ist das denn für ein Ding wenn ich stark genug schlage könnte ich eigentlich in die andere Map fallen wie soll man das treffen mit Bande oh zählt das Ziel so mach doch was oh muss versuchen an der Seite stehen zu bleiben ich weiß auch nicht warum nicht oder so naja was wird jetzt meine Führung kosten du führst noch gut echt na gut na gut ich sag nix vielleicht kostet dich das wirklich deine Führung oh man ne oh kannst du von da nein kannst du nicht oh ne ich bin zurück ja der Punkt ist eigentlich relativ schuld alter ich hatte das können sich jederzeit ein bisschen leichter genau danke sehr und damit führst du ja komm nach einer Map kann sich ja noch ändern ich wusste gar nicht dass du so hart gehauen hab ich hab eigentlich voll leicht gehauen oh ja du kennst die Map ein bisschen ne manche alter die ist aber auch fast ein Jahr bei mir her ne also die hab ich glaube ich vor der Flug noch gespielt ne ich hab das Spiel seit der letzten Aufnahme gar nicht mehr gespielt ja ich schon relativ regelmäßig oh man jetzt verkacke ich wieder weiß hauptsächlich durch Fortnite ersetzt oder wenn ich mit Freunden spiele kommt denn da vielleicht was weiß ich noch nicht ich hatte zwar gestern drei Siege in a row mit Freunden aber hab ich das Solo auch hinbekommen du musst ja nicht Solo spielen kannst ja fragen ob das okay ist für die wenn du das wär nicht dass sie da Lust drauf haben Fragen kostet nix ja ich kann mal fragen das war zu schwach entweder zu schwach oder zu stark und das war okay und es war okay und es war okay er ist so ein bisschen random und du kriegst natürlich einen guten echt? ha easy ha trotzdem hast du auch zwei gebraucht also von daher ja wenn ich auch so ein randomte wurde das war gut gut und dann doch nicht gut das wäre gut wenn ich dich jetzt so treffen würde dass ich zwar reinfalle aber du nicht na ha 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 schade ei 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 okay hast du eigentlich auf die Zeit geachtet? wie lange wir jetzt schon weil wir wollen ja mindestens 20 Minuten auch nicht so eine mehr ich hab keine Ahnung wie da wo schon dran sind oha das war mega gut das war mega knapp oh das war mega gut ich bin gegen die Stange geknallt und die hat mich echt geteilt danke die Stange hat mich auch weggedeut ja gleich gleichberechtigung das ist nicht das bist du selber schuld wir wollen ja Spannung erzeugen ich weiß nicht warum der so zu fest geschlagen hat so fünf Punkte haben wir unterschieden hä ha das war perfekt nein war es nicht das war scheiße hui 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 Winkel das war fast perfekt ha easy ich hab wieder aufgeholt ich hatte fast nur hole und to gehabt nein 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 ja ich hab dadurch aber nicht viel gewonnen hi ich will es ja spannender machen du hast jetzt die Chance zu gewinnen es gibt doch nur 18 Bahnen du hast gewonnen ah ich hab gewonnen nice nice dafür hab ich ein Poop bekommen ok ich würde sagen wir machen direkt die nächste oder die nächste Folge oder die nächste Bahn also Personal Time steht hier 8 57 also 8 Minuten 9 Minuten haben wir ungefähr ja dann machen wir dir noch direkt einen hinterher wir sehen uns gleich wieder jup ich trinke jetzt mal was da sind wir wieder zurück und was trinkst du denn feines mhm mhm äh stilles Wasser mit Geschmack also eigentlich also eigentlich Wasser mit Zucker nein mit Geschmack mit Geschmack hier steht keine Aroma ohne Aromastoffe aber ist oh 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 aber ist immer noch besser als äh Dings Cola und Fanta das ist absolut richtig und mit 16 äh das Ding hat 14 Kalorien ich bin zu unfähig die erste oh ich klebe um es wird doch nicht mal angezeigt wie viel Schläge wir gebrauchen doch oh das war zu schwach hey oh ich bin drin drin klar ey fängt doch wieder mal gut für dich an und ich glaub ich hab dich sogar mit reingedeutet ne also in ein anderes hab ich dich aber glaub ich reingedeutet komm ich geb dir mal ein paar Punkte am Anfang ey gerade eben war es auch relativ knapp das ist richtig 3 Punkte nur und das obwohl ich einmal so mit 10 verkackt hab das ist absolut richtig hm wir gucken mal in der Karte die Mitte macht's nicht so es ist nein nein die Mitte es ist die Mitte die Mitte aber nicht ich meinte nicht das da und ich ah ich bin so dumm man kann ja auch einfach so durch ne jeder weg da weg da ne du musst dich schlagen ne so bin ich nicht wir machen jetzt hier nicht einen auf Peats mit du weißt ja wie das für Sepp ausgegangen ist ne das ist selber selber schuld alter guter Schlag danke danke meine Fans trotz trotzdem hab ich einen weniger gebraucht ich weiß weil ich 2-3 mal verkackt hab sieht einfach aus wird aber vermutlich nicht so einfach sein ok ich mach all in one ach komm ne ne ich hatte perfekten Winkel wohl ja gut du kannst ja auch mal ne Map gewinnen ne ja bist ja so freundlich lässt mich auch mal gewinnen äh ich hau einfach mal so das war scheiße aber aber ich stehe leicht schräg das könnte vielleicht besser sein jawoll willst du mich verarschen nein komm jetzt ist jetzt hab ich 9 zu 16 oder was 10 zu 17 ach komm ich schau auf jetzt geb ich mir Mühe Kevin jetzt hab ich bin langsam wieder im Spiel drin und dann kommt so eine Map danke scheiße jetzt hier lieg ich schräg das ist schlecht so ok dann sammeln wir ein bisschen ich sag dir du sollst sammeln nein siehst du das als sammeln an nein oh nein das war echt knapp dran das war echt knapp man ja der echt knappe man der echt knappe man wir haben auch hier Superhelden drin ne echt knappe man sieht easy aus aber irgendwie ich andern weg 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 digger digger alter digger alter digger alter digger alter man hast du gedacht ich geh andern weg oder was gehst du nicht selber weg oder was easy kannst du nicht stehen bleiben nein natürlich nicht war ja klar hui ach jetzt macht der nur easy warum nicht gleich so äh ich teste einfach mal ey nicht pingpong spielen warum wird das Ding ja langsam und jetzt achso das war die falsche Sache ja schön synchron nebeneinander was hast du für ein Loch das ist kein Loch das ist ein Oval das ist eine das ist ein Ei das ist ein Oval das ist kein Loch also ein Loch ist ein Loch aber okay ja das kann man so sagen man wieso soll man das Ding denn treffen sag ich mal der besseren Hälfte auch immer aber Schatz ein Loch ist ein Loch äh ja klar jetzt komme ich weiß nicht ob ich nicht stehen bleiben soll wenn das funktioniert wenn du mich vielleicht andäust könnte das funktionieren vielleicht sogar dann sollte ich keine Ahnung wenn du so schlägst wie du das da zum Beispiel das Loch hat mich hätte sein können dass du mich so leicht andäust dann wäre ich reingerutscht ja diese Runde geht wahrscheinlich an Kevin hui oh oh das ist da merkt man doch dass komm ich überhaupt noch rein ja muss ja außen rumschlagen ach so okay ich war grad ich war dazu hä ist das eine Säule wo man jetzt rein muss ne nein oh danke jetzt stehe ich gerade zum Loch ach ich muss doch mal ein bisschen aufholen ne ne das sieht simpel aus ja das ist eigentlich auch ich hab mich jetzt schön versteckt du kannst mich nicht weghauen oh ich hab mich was selber rausgehauen alter pah was war das sein ich war doch drinnen laut man scheinbar nicht die Iskönig über dir hat keine Lust das ist你知道 ja die Iskönigin das theo Wo bin ich? Ah, hier geht's her! Oh, cool, krass. Wo bin ich und wenn... NEIN! Fast eine Hole in One! Nein! Nein! Ernst? Wie kannst du den dann noch verhauen? Du stehst so gut wie drin! Alter. Ich geb mir grad echt Mühe, ne? Minus zwei? Also wenn man trifft, ist man direkt drin, oder was? Danke sehr! Nein, ich bin daneben gerutscht! Yes! Minus zwei Strokes! Wie geht denn das? Einfach Treffen? Ich bin durch die Mitte, ne? Ich hab ich noch eine One gemacht dadurch. Du kannst auch da einfach runter. Ja, aber du musstest das Loch berühren dafür. Einfach nur durch das Loch da fliegen, ja. Achso, okay. Machst du vier. Siehst du, ich hab nur einen gebrochen. Hole in One, krass! Wie geht die Map jetzt hier? Äh, okay. Okay. Achso, ich hab das. Ha! Das war sehr gut! Das war perfekt. Ich hab leider nur zu schwach gehabt. Nein, jetzt fang nicht an aufzuholen! Ich hab noch sieben Punkte Vorsprung! Two hole in one's in einer! Bump ahead! Ja, ein Schild, also... Achso, da hast du dann... Kannst du gegenknallen. Ich zum Beispiel. Ich auch. Nein! Du schiebst dich doch bestimmt rein, ne? Du bist doch so nett. Ach! Ha! Jawoll! Ich hab extra gezielt, dass ich daneben ziele. Was? Ich hab extra gezielt, dass ich daneben ziele? Das macht... Ja, ne? Jeder, wie er will. Oh, der ist auch gut! Der kommt gut! Mmh, Zocker! Wow! Was denn? Das war ein Traum... Traumding. Ja, ich verkack's mir gerade! Du musst... darfst nicht mit voller Stärke schlagen. Ich hab aber zweimal... Na komm, diese Route geht voll an dich. Yeah, unentschieden. 1 zu 1. Mhm. Dann müssen wir doch gucken, wie wir die Folge eigentlich nennen. 1 zu 1? 1 und... 1 und... Folge 1 und 2? Oder wie es weitergeht? Fantastic 1 und 2. Nein, ich meine halt Nummer 1 und 2. Weil wir haben ja die folgenden Nummern gehabt. Ja, können wir wieder Reborn machen. Und Hole in 1 und 2. Äh, Hole in 1 und 2. Hole in 1 und 2. Ja, beim zweiten Versuchen, Hole in 1 und 2. Ne, ich konnte nicht mehr zurücksetzen, weil meine Art direkt relativ dumm stinkt. Aber direkt stinkt. Damit steht das 1 zu 1. Huh! Eigentlich hab ich gewonnen, die Folge. Nein, nein. Gerade eben hatte ich 3 Punkte Rückstand und du hast 9. Es geht nur um die Krone. Jeder hat bis jetzt eine Gold- und eine Silberkrone. Die nächste Runde entscheidet. Wahnsinn. Die 6... Genau, blende ich dann ein. Jedes Mal, wie es dann steht am Ende der Folge. Ihr könnt ja 10, wenn er Lust hat. Nö, ich mach das. Okay, kannst du dann immer auch machen. Jeder eine Gold- und eine Silberkrone. Ich brauch nur dein Logo von deinem Account. Das Bild davon. Ja, aber du schreibst einfach nur den Namen. Nö. Wir haben ja auch das Logo, also von daher... Naja, egal. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.